Ja, was kannst du mit das reparieren? Zeig mal. Ich guck's mir mal an. Danke. Hey, du! Du! Komm mal hier. Darf ich das haben? Ja. So, das... Komm heute Abend. Gib ich dir was dafür. Hier. Für das Feuerzeug. Hinter dem Berg geht der Saun nicht so tief. Da kannst du unten durch weglaufen. Nein. Ich kann meine Kameraden hier nicht alleine lassen. Okay. Deine Entscheidung. Euch Deutschen wird es einmal so gay wie Unschwassen in Amerika. Da ist so viel Hass. Ja. Hass macht blind. Ich glaube, Deutschland war blind. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Ja.